Hallo zusammen, hier ist wieder Outschla und heute Peter für euch in Battle for Ezra unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder ein paar Vision-Kisten aufmachen. Ich war gerade wieder einen OG 5-Masken-Run am Boosten. Diesmal haben wir sogar alle Orbs aufbewahren können. Das war ein recht angenehmer Run tatsächlich. Und ich hoffe, ich kriege jetzt auch angenehme Loot raus. Ich liebe Oigle nämlich noch mit einem Zwielicht zur Wüstung Rang 1, den ich jetzt demnächst anziehen kann, auch vielleicht in einem vernünftigen Item. Ah, Handgelenke. Ah, nee, das ist das Ding hier, ne? Das Item wäre aber gar nicht so schlecht prinzipiell. Aber das ist Echoing Void. Ah, aber da sind wir schon mal gar nicht schlecht. Ich brauche nämlich ein Auswechsel-Item. Sobald das Corruption es wieder zulässt, kann ich nämlich dann nochmal ein Item anziehen. Und dementsprechend, ja, will ich mir die Corruption nicht beim Händler kaufen, weil mit den Sachen booste ich, ja? Da wäre so ein Item ganz gut zum Auswechsel, ne? Die Stats wären hier schon ganz okay, aber Ding ist leider nicht drauf, ne? Ähm, hier Zwielicht zur Wüstung. Ecken Void ist zwar auch nicht so schlecht, aber ich will lieber mit sieben Zwielicht zur Wüstung spielen. Das wäre dann nochmal ein Stück besser. Sodala, noch ein Run haben wir durch. Ich schaue jetzt mal rein, ob wir vielleicht mal ein Item drin haben, wo wir noch einen 1er Zwielicht zur Wüstung drauf haben. Warte, machen wir die mal noch auf. Ein paar Echos, dass ich wieder Kies habe. Mittlerweile farme ich ja nicht mehr die normalen Marken, sondern habe so viele Echos, dass ich damit das Zeug eigentlich bedienen kann. Jetzt schauen wir mal. Oh, Lifestyle. Warum? Aber Movement Speed. Moment, ich wollte mir mal ein Movement Speed Gear bauen. Ha, vielleicht kann ich das doch benutzen. Ich fahre mir ein bisschen Transmog und da wäre Movement Speed Gear gar nicht so schlecht, tatsächlich. Sodala, das war's dann wieder für die Woche. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt, schaut euch nächste Woche wieder rein. Euer Tala, bis dann. Ciao.